Guck mal Schatz, unsere Tochter hat den ersten Zahn verloren. Ja, so schnell geht sie nicht mehr auf eine Playstation. Was? Hey Google, was reimt sich eigentlich auf Frau? Reimt sich irgendwas auf WLAN-Router? Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier mit diesem Scooter. Was reimt sich auf Spür? Ich mach Abi, Abitur, Abitur, durch die Tür. Abitur, 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 Abitur.